Vieles ist neu. Was genau neu ist, das zeige ich euch heute in Talk am Sonntag und erzähle auch ein bisschen, wie es dazu kam und warum. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk am Sonntag. Ja, letzte Woche ist mir wieder ausgefallen. Warum ist ausgefallen? Ganz einfach, ich hatte nichts, worüber ich reden konnte und ich wollte euch nicht zwei zusammengeschusterte Folgen in Folge geben. Also die Woche davor war ja schon wieder so eine Larifari-Folge. Deswegen habe ich gedacht, lassen wir es doch einfach mal ausweilen und dann habe ich vielleicht beim nächsten Mal wieder mehr zu erzählen. Und was soll ich sagen? Habe ich. Tatsächlich habe ich mehr zu erzählen. Denn ich war ein bisschen produktiv, was den Kanal angeht und habe ein paar Sachen verändert. Eine Sache dürft ihr gerade schon gesehen haben, das Intro nicht, aber die Bauchbinde hat sich verändert bei Talk am Sonntag. Das hat einen Grund, weil ich habe nochmal sämtliche Designs, die ich für dieses Kanal hatte, mal wieder überarbeitet. Weil irgendwie, nicht dass ich die anderen Designs nicht gut fand, aber irgendwie hat da was gefehlt. Und ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen gefunden, was gefehlt hat. Ähm, und ich habe ein paar Sachen geändert und die zeige ich euch jetzt gleich erstmal. Ähm, danach kommen wir noch zu ein paar anderen Sachen, die neu sind. Aber eins nach dem anderen. Gehen wir jetzt erstmal zu den ganzen Designs über. Und dafür, ähm, werde ich mal eben schnell, ähm, umschalten. Denn, haha, da seht ihr schon ein erstes neues Design. Und zwar die, ähm, ne, wo, hier, ne, ja, da. Ähm, wie die Szene aufgebaut ist in Talk am Sonntag, wenn ich umschalte auf eine Bildschirmaufnahme, habe ich ein bisschen verändert. Ähm, jetzt haben wir hier das Talk am Sonntag Logo, haben wir im, ach Gott, ihr seht das ja gar nicht. Ähm, so, doch, seht ihr. Warte, wie? Warte, wie mache ich das? Ich weiß, wie ich das mache. Warte. Ähm, ich glaube, wenn ich das jetzt so mache, dann müsste, oh Gott. Oh Gott. Okay, arbeiten wir damit, ne? Nein, ähm, das machen wir ganz leicht, indem ich eben mal sage, ähm, äh, wo haben wir es denn? Ach, das hätte ich eher, ja, ihr kennt mich. Vorbereitung wieder, Nonplusultra. Nonplusultra in der Vorbereitung. So, ähm, dann gehen wir hin und sagen, hier einfach mal eben so lange so, zack. Wir machen mal eben die Bildschirmaufnahme so lange aus. Dann geht das auch, was ich machen wollte. Indem ich hier nicht Vollbild mache und dann seht, dürstet ihr das auch in Vollbild sehen. Ähm, ja, äh, wie hat sich das verändert? Also das Talk am Sonntag Logo ist jetzt im Hintergrund. Und wir haben, und hier seht ihr auch schon, wenn ihr es vergleicht mit der Bauchbinde, wenn ihr sie gerade schon gesehen habt und euch genauer angeguckt habt, könnt ihr das so ein bisschen erkennen. Ähm, die Rahmen sind neu. Die Rahmen haben jetzt so ein leicht transparentes, dunkles Grau mit einer orangenen Umrandung. Und das werdet ihr jetzt, wenn ich euch die ganzen anderen Sachen zeige, die ich ungedesignt habe, auch immer wieder sehen. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie da kommt. Ähm, und, ja, das Hellgraue seht ihr natürlich nicht. Das ist so ein Platzhalter für mich, dass wenn ich das jetzt in OBS reinpacke, ich weiß, wie ich den anderen Kram positionieren muss, seht ihr jetzt in dem Fall. Aber normalerweise seht ihr das nicht. Ähm, genau. Ähm, so viel dazu schon mal. Also hier ist die Bildschirmaufnahme, normalerweise. Ähm, die ihr jetzt halt, wie gesagt, gerade nicht seht. Dann schalte ich hier nochmal um. Und, ähm, ich bin schon wieder raus. Wieso bin ich gerade so raus? Das tut mir wieder sehr, sehr leid. Ähm, gut. Und ich sage, auf einem sehr gestlichen Lache. Was ist das für eine Lache, die ich hier an Tag lege gerade? Meine Güte, nee, ist das wieder heute eine schlimme Folge. Aber das kriegen wir schon hin. So, dann, ähm, wir haben, gehen wir als erstes zu den Bauchbinden über, würde ich sagen. Denn die habt ihr ja gerade schon gesehen. Ähm, die habe ich auch, wie gesagt, ein bisschen verändert. Und zwar haben wir zum einem, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ähm, machen wir einfach hier. Achso, jetzt muss ich kurz Gimp starten. Ähm, ja, ich mache sowas nicht gemacht. Ich weiß, grässlich, aber, ja. Ich habe nichts anderes. Ich habe leider nichts anderes. Ähm. Ja, das dauert jetzt gerade ein bisschen. Wieso, ich hatte die Gimp doch gerade schon offen. Wieso braucht das jetzt so lange zum Laden? Egal. Also, was hat, ich kann nicht mal durchgehen. Was habe ich überarbeitet? Also, die Bauchbinden, wie ihr seht, habe ich überarbeitet. Oder gesehen habt. Die Endcard habe ich nochmal überarbeitet. Ähm, und dann habe ich noch ein paar sonst für Streaming überarbeitet. Wir gehen jetzt erst mal zu den Bauchbinden über. Dafür kriegt ihr jetzt erst mal wieder die Bildschirmaufnahme hier aktiviert. Zack. Dann gehen wir hier rüber in die Bauchbinden. Und das hier ist, so sieht die Bauchbinde aus für den allgemeinen Fall. Also, ähm, ich möchte jetzt, dass zwischen den Videos so ein bisschen, klar werden die Videos in einem Charakter haben, aber man soll so einen Wiedererkennungswert haben, auf welchem Kanal man sich befindet. Ja, deswegen schön, alles so in einem ähnlichen Design. Hier seht ihr auch wieder das, äh, dunkelgraue Transparenze mit der orangischen Umrandung. Die Schrift, äh, ist die gleiche wie vorher auch, auch die gleiche Farbe. So ein leicht cremiges Weiß. Sie kommt ein bisschen auf eurem Bildschirm an, ob ihr das erkennen könnt, oder ob das einfach ein normales Weiß für euch ist. Und dann hier unser Logo, wo ich den blauen Ring nochmal ein bisschen vergrößert habe, damit er besser zur Geltung kommt. Ähm, ja, das ist die Bauchbinde. Und, aber, da habe ich mir gedacht, bei paar Formaten, sowas wie Talk am Sonntag, da gibt es Formatspezifische. Ähm, Bauchbinden tatsächlich. Und dafür, ähm, habe ich dann in dem Fall zum Beispiel die Talk am Sonntag Bauchbinde, die ihr gerade schon gesehen habt. Hier haben wir dann tatsächlich ein richtiges Weiß bei der Schrift. Und ihr seht, die orangische Umrandung ist jetzt das Rot, wie bei Talk am Sonntag. Das Logo ist jetzt auf dieser Zoom-Stärke ziemlich unscharf, weil das eigentlich halt viel kleiner ist. Das ist, das müsstet ihr auch gerade, als die eingeblendet war, gesehen haben. Die ist in der normalen Einblendung nicht so unscharf. Also ist das Logo nicht so unscharf. Ne, da haben wir auf jeden Fall das Talk am Sonntag-Logo. Und ich habe halt die, ähm, braune Farbe hier nochmal drunter gelegt. Unter die, ähm, also anstelle der grauen Ebene haben wir hier die, äh, beige Ebene. Ne, also anstelle von der. Das war so zumindest schon mal meine Idee für die Bauchbinden, damit die ein bisschen schlanker aussehen. Also bei, ähm, Talk am Sonntag vor allem mit dem riesigen Balken, den wir ja vorher hatten, fand ich das immer sehr schlimm. Tatsächlich, das hatten wir immer schon gesteuert an der Talk am Sonntag Bauchbinde. Und, ähm, jetzt auch mit der Kanalbauchbinde. Vorher, da hatten wir ja bei, sieht man ja, Strategieabend und so, ähm, so eine blaue Binde. Die sah jetzt auch nicht schlecht aus, aber irgendwie, ich war nicht so 100% zufrieden damit. Mit der fühle ich mich zur Zeit zumindest sehr zufrieden. Ähm, genau. Und dann habe ich dieses Design halt auch noch zu den Endcards übernommen. Deswegen gehen wir mal eben schnell zu den Endcards. Ähm, da haben wir nämlich dann einmal, ach so, warte, das ist das Falsche. Ähm, nein, verdammt, was habe ich getan? Ähm, hier, das öffnen, so. Da, das, ähm, ich muss mal eben kurz auf dem zweiten Bildschirm wieder was zurecht machen. Sonst, äh, so. Ähm, so, okay. Hier haben wir jetzt die Endcard, wie sie, äh, demnächst aussehen wird. Also, hier in, ja, dieser Folge kriegt ihr dann die neue schon eingeblendet. Bei, ähm, Strategieabend zum Beispiel wird das noch ein bisschen dauern, bis die neuen Designs durchkommen, weil da sind mehrere Folgen vorproduziert. Die sind noch alle im alten Design. Da müsst ihr noch ein bisschen warten, aber dann wird da auch das neue Design hinkommen. Ich hab die Endcard schlanker gemacht. Es wird jetzt nur noch hier rechts ein Video vorgeschlagen. Nicht mehr Video und Playlist. Ähm, dann haben wir hier den, jetzt, es kommt dann das Kanal-Logo hin, mit dem, halt, zum Abonnieren, dass man da draufklicken kann. Und dann haben wir hier das Bild aus dem Video, wo dann die letzten 15 Sekunden des Videos in dem Rahmen laufen. Ihr seht hier, hab ich dann so quasi so ein Kreuz gemacht, wenn ihr so wollt, äh, wo dann wieder dieser dunkelgraue Hintergrund ist, mit den orangenen Streifen. Jetzt fragt, und dann haben wir hier noch, auch ein bisschen China, einmal das Twitter und einmal den Twitch-Kanal, ne, vom Namen her. Jetzt fragt ihr euch natürlich, hm, was ist mit dem Hintergrund? Hintergrund, ich zeig euch jetzt mal, wie das am Beispiel von Talk am Sonntag aussieht. Da kommt dann Format, also im Format oder Let's Play spezifisch, was hintergelegt. Bei Talk am Sonntag ist es halt das Talk am Sonntag-Logo, was ihr auch auf dem zweiten Bildschirm immer seht, wenn wir auf der anderen Kamera sind. Ähm, das wird in dem Fall da drunter gelegt. Und dann, ähm, hab, weil ich finde, wenn man dann für jedes Let's Play oder Format ein anderes Hintergrundbild wählt, aber das, was im Vordergrund ist, gleich bleibt, dann hat man halt diese Wiedererkennung, dass man auf dem gleichen Kanal ist, aber trotzdem eine Differenzierung zwischen den Videos. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bei Strategieabend, da weiß ich noch nicht, da bin ich noch am Auskügeln, da wollte ich irgendwie so ein Bild machen, so ein, so ein altes Bild mit einer Armee, die angreift und mich selber so, ein Photoshop mich da so, als General quasi stehe. zum Beispiel dann in den Hintergrund legen oder bei Let's Plays dann halt spielbezifisch, ne? Ähm, wie gesagt, Strategieabend läuft noch, zumindest die nächsten Folgen auf dem alten Design. Baba is You werde ich auch, bis Baba is You, das wird ja nicht mehr viele Folgen dauern, hoffe ich zumindest, ähm, da werde ich auch das alte Design durchziehen. Ähm, der ich sehe da jetzt, ähm, finde ich sinnvoller, das jetzt durchzuziehen für die letzten Folgen, als das nochmal zu ändern, auch in den letzten Folgen hin. Ähm, ja, so viel dazu. Auf jeden Fall, das ist dann die neue Endcard, die werdet ihr dann, wie gesagt, am Ende dieser Folge auch nochmal sehen. Okay, und dann bin ich noch hingegangen und hab mir überlegt, hey, es wäre auch cool, wenn ich das auf Twitch überziehe, rüberziehe. Das liegt auch ein bisschen daran, dass, ähm, ich war letztens in meinen Streamlabs und Streamlabs hat irgendwie alle Einstellungen von den Alertboxen und so, alle komplett durcheinander gebracht. Und dann hab ich gedacht, komm, du bist gerade eh dabei, das Design komplett zu überarbeiten, ähm, dann mach auch die Twitch-Sachen in diesem Design. War meine Idee. Ähm, also, falls ihr euch übrigens fragt, warum hier und hier kein, ähm, Schlagschattpinter ist, YouTube hebt die Dinger sowieso selber hervor, weshalb die dann schon einen 3D-Effekt haben. Deswegen hat nur das Ding hier einen 3D-Effekt. Ähm, so, bei den Twitch-Sachen. Da, ähm, hab ich einmal die Alerts, wie gesagt, überarbeitet, äh, und zwar im neuen Design. Und zwar haben wir jetzt hier eine Alertbox. Wieso ist das da? Achso, ähm, machen wir mal kurz weg. Das ist, das ist noch in Arbeit. Das ist, also das, ähm, die Alertbox ist noch nicht fertig. Ich hab erstmal angefangen, hier grob, ne, das Design zu über, also rüberzupacken auf die Alertboxen. Dann ist mir aber eingefallen, hey, es gibt hier bei Twitch verschiedene Alerts. Es gibt einmal den Follow Alert, es gibt den Raid Alert, den Host Alert, und gibt's jetzt bei meinem Kanal noch nicht, aber vielleicht spielt da irgendwann halt noch Subscription Alert, GIF Subscription, und wie die alle heißen. Ne? Ähm, und da wollte ich dann schon so ein bisschen Differenz einbringen. Ihr wisst, das hab ich schon mal erzählt, ähm, ich bin bei Twitch Streams ein Fan davon, wenn die Alerts nicht so knallhart mitten auf dem Bild sind, da ein Ton kommt, der alles überstimmt und so. Ich mag das lieber, wenn die wirklich jetzt nicht unnötig klein, aber irgendwo in der Ecke sind, so, dass man sie halt registriert, wenn sie eingebendet sind, aber nicht den Streamverlauf stören. Ähm, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, und, äh, deswegen hab ich dann halt so einen Einschub, der wahrscheinlich wieder oben rechts reinkommt. Ich seh grad nicht das Regiebild, deswegen weiß ich nicht, ob ich ihn in die richtigen Ecken zeige. Ähm, aber das. Und dann wollte ich aber, wie gesagt, ein bisschen Unterschied reinbringen, für den Follow und so. Und da hatte ich jetzt die Überlegung, und ich hab das für den Follow schon fertig gemacht, gerade. Ähm, und zwar den, äh, Follow Sextant. Das habt ihr dann hier. Und zwar werden alle, äh, verschiedenen Symbole halt dieses Viereck als Hintergrund haben. Und da hatte ich jetzt überlegt, ähm, wie machst du ein Follow? Und da hab ich jetzt ein Sextant im, Design wie das Kanal-Logo erstellt. Aber ich hab hier extra, eigentlich beim Sextant ist ja hier diese, diese weiße Balken auch nochmal auf der anderen Seite. Den hab ich extra weggelassen, damit man so leicht ein F, wie ein F für Follow erkennen kann. Ähm, das würde, wird dann beim Follow Alert reinkommen. Und da hab ich mir noch überlegt, zum Beispiel beim, beim Raid Alert, da kann man auch in den Logo-Farben, ja, so ein Segelschiff mit ein, zwei Menschen drauf, so in diesem Stil machen, dass er eingewendet wird. Weißt du, wir werden graded. Ha, ähm, ja, und das Zwischen und so kümmere ich mich drum, wenn's, wenn's erstmal freigeschaltet ist, ne? Da brauchen wir jetzt noch, äh, gar nicht. Ähm, Entschuldigung. So, das dazu. Dann, ähm, hab ich noch, ähm, folgendes gemacht, und zwar, achso, das ist wieder unter, ähm, hier drunter, ne? Ja, oder auch nicht. Weiß ich grad gar nicht. Wo ist das Chatfenster? Ich hab auch das Chatfenster überarbeitet. Ähm, da, Szenen, da müsste es sein. Da, genau. Achso, das ist jetzt wieder das Falsche. Ähm, wir brauchen das Ding. Also hab ich überarbeitet, ich blende mal hier ein Standbild ein. Sorry, aber so, ne? Ich hab die Chatbox jetzt auch so in diesem Design gemacht. Ist noch nicht fertig, da bin ich noch grad dran. Das wird auf jeden Fall auch nochmal verändert werden, damit man es besser lesen kann, aber so sieht es erstmal aus. Chat-Einblendungen seht ihr jetzt gerade nicht, weil, na, nix im Chat aktiv ist, aber wird dann auch wieder in der gleichen Schrift und so weiß sein. Aber das hier ein bisschen cleaner ist, hier nicht so ein Riesenbalken ist, hier kommen dann die Einblendungen halt rein, hier oben, hier in der Ecke, und dann, das, das ist aber noch ein Work in Progress, das mach ich vielleicht auch dann einfach in einem Livestream weiter. Dass ihr dort dann, wenn ihr den Stream seht, dort dann mit Tipps geben könnt, wo man was hinpacken kann, wie das auszusehen hat und alles. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. So, soviel zu den neuen Designs. Ich hoffe, euch sagen die zu. Ich mach das eben kurz, wo ist sie da? Schalten wir mal wieder um. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch gefallen die neuen Designs. Ich hab da schon ein bisschen Arbeit reingepackt. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Und, ja, ich bin auch voll begeistert drauf, dann die restlichen Designs umzuwandeln. und dann hoffe ich, dass so ein bisschen, ja, dann kommt da auch die ganz große Baustelle, die ich seit Anbeginn dieses Kanals besitze, wo ich einfach, wo ich nicht kreativ genug bin, oder nicht die Sachen, die ich im Kopf habe, umgesetzt bekomme, der Kanalbanner. Der wird dann auch nochmal überarbeitet, und dann auch, äh, in diesen, so ein bisschen, dass man dieses Design auch wiedererkennt, gebracht. Aber dann muss, Kanalbanner ist echt, ne schwierige Sache bei mir. Ähm, und ansonsten, hab ich jetzt auch, äh, angefangen wirklich mit einem neuen Schnittprogramm zu arbeiten, mich da immer weit einzuarbeiten, werde ich auch diese Folge machen. Ich nehm die Folge deswegen auch schon samstags auf, ähm, damit ich mehr Zeit habe, diese Folge zu schneiden. Ähm, damit die auch auf jeden Fall Sonntag kommt. Das war mir wichtig. Deswegen, ich nehm das jetzt schon am Samstag auf, aber es macht für euch keinen großen Unterschied. Und, ja, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und dann kommen wir zu den nächsten neuen Sachen. Ähm, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, zumindest von den Aufrufen, Aufrufzeilen, gehe ich mal davon aus. Ähm, da, es gab letzten Donnerstag die erste Folge für einen Podcast. Auf diesem Kanal. Podcast mit einem guten Freund von mir. Jonas heißt der. Und, die kamen Aufrufzeilen und Likezeilen für diese Kanalverhältnisse, sag ich mal, ziemlich gut an. Und, ähm, da wird auch mehr kommen. Auf jeden Fall. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, einen Podcast aufzunehmen. Und da, da möchte ich auch mehr machen. Bin ich ganz ehrlich. Und, ähm, ja, das ist so ein neues Format dann hier auf dem Kanal, wofür wir eigentlich noch keinen Namen haben, aber das werden wir im Podcast klären. Ihr könnt gerne, äh, zwar auch Vorschläge einbringen, aber dann beim Podcast in die Kommentare, braucht ihr nicht hier bei Talk am Sonntag in die Kommentare schreiben. und, ähm, bezüglich Jonas, kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Erstmal, ähm, erstmal Jonas macht, wie gesagt, den Podcast mit mir mit. Und, Jonas hätte Lust und ich würde das gerne mitmachen. Ähm, und das ist mehr so eins, nur damit ihr schon mal vorgewarnt seid. Ähm, darauf habt ihr nicht wirklich Entscheidungsgewalt. Sag ich schon mal vorab. Ähm, und zwar Jonas wird selber hier Videos wahrscheinlich auf diesem Kanal veröffentlichen. Ähm, wann, steht noch nicht fest, hundertprozentig. Also, es ist seine Entscheidung, wann er dazu kommt und, äh, wann er anfängt. Aber er wird dann vielleicht auch mal ein Let's Play machen. Ähm, er wird vielleicht mal einen Talk am Sonntag machen. Und so, das, ähm, also er wird wahrscheinlich hier auf diesem Kanal ein bisschen einsteigen. Ich werde wahrscheinlich immer noch der Hauptakteur bleiben für die nächste Zeit. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, man sieht, dass ich den meisten Output immer noch produzieren werde. Aber, so kommt jetzt eine zweite Person hier auf den Kanal. Ihr kriegt dadurch mehr Content, hoffentlich. Ähm, und, ähm, somit können auch mal Lücken überfüllt werden. Wenn, ähm, ich zum Beispiel, na, ihr wisst, als ich Prüfungsphasen hatte und so, gab es auch mal Zeit, wo hier gar nichts kam. Mehrere Wochen lang. Das wäre dann halt nicht, weil dann die andere Person jeweils das ein bisschen kompensieren könnte. Aber ja, damit seid ihr auch schon mal vorgewarnt, dass ihr bald Videos kommt, wo ich vielleicht mal nicht zu hören oder zu sehen bin. Ähm, ich muss mit Jonas mich sowieso dann noch zusammensetzen, mit ihm dann einiges abklären, wie er die Sachen einzustellen hat bei der Aufnahme und so. Er muss dann auch die ganzen Einblendungen bekommen, das gleich aussehen und, ähm, ähm, ja. Genau, soviel dazu. Achso, eine Einblendung habe ich vergessen. Fällt mir gerade ein, die ich gemacht habe. Die habt ihr wahrscheinlich mittlerweile auch schon gesehen, in diesem Video. Ähm, und zwar, ihr wisst, ich habe lange Zeit mich dagegen gewehrt, sag ich mal. Was heißt gewehrt? Jetzt klingt so hart, also, nicht wirklich gewehrt, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Und zwar, ähm, kommt jetzt hier auch immer mal in den Videos zwischendurch eine Einblendung, so, wenn ihr mehr konnt, mehr, Content haben wollt oder so, dann abonniert den Kanal. Äh, auch nur eine ganz leichte Einblendung irgendwo links. Einfach damit zu tun, ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ich bin kein Fan davon, direkt am Anfang des Videos zu sagen, hey, willkommen zu diesem Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Das wissen die Leute erst, wenn sie es gesehen haben. Ähm, das trifft ihr ja auf jeden Fall auf neue Zuschauer vor allem zu. Das wissen die erst, deswegen mag ich das überhaupt nicht, wenn das direkt am Anfang einem in die Fresse geklatscht wird, sowas, ne? Ähm, aber das wird dann auf jeden Fall, ähm, äh, jetzt kommt Discord. Oh Gott, dazwischen, mal kurz. So. Da wird gleich eine Gruppe mehr schreiben, egal. Ähm, ähm, also deswegen, ich hab das dann höchstens immer am Ende gesagt und selbst dann nicht so häufig und, ähm, es wurde mir halt mal nahegelegt, vielleicht doch mal so eine Einblendung zu machen, um zu gucken, ob vielleicht dadurch doch mehr Leute den Kanal nochmal abonnieren oder so. und da hab ich jetzt eine gemacht, ähm, aber auch dafür gesorgt, dass die jetzt nicht so, dass man, dass man registriert, dass man sie halt registriert, aber sie halt auch nicht so krass eine Rieseneinblendung ist. Also ich hab bei manch anderen größeren YouTubern gesehen, ich nenn jetzt keine Namen und so, da keine Ahnung, nicht nur, dass es halt sofort am Anfang kommt, sondern der nimmt die Einblendung gefühlt das halbe Bild in Anspruch und so. Das ist, sorry, nee, tut mir leid. So nötig hab ich's jetzt auch nicht, ne? Ähm, und deswegen halt eine kleine, schlichte Einblendung, die auch im Kanaldesign natürlich wieder ist. Ähm, ja. Ich glaube, damit hab ich auch alles gesagt. Ähm, ich hab das neue Design angesprochen, hab euch die Sachen gezeigt, ich habe euch vor Jonas vorgewarnt, ähm, und, ja, ich hab hier eine Folge gefüllt. Hahaha. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, gut. Ähm, was soll ich noch sagen? Ach ja, genau, Streams. Ich will jetzt wirklich die Woche hoffentlich mal wieder streamen. Morgen, oder für euch heute Abend, Sonntag, ich hoffe, dass ich's hinbekomme, ich kann's noch nicht versprechen. Ich hoffe's aber. Ich versuche es, dass heute Abend gestreamt wird, dann würden wir dann im Stream eben das mit den, ähm, Einblendungen im Stream wahrscheinlich durchgehend, die Sachen designen, ähm, und im Laufe der Woche, da würde ich dann, aber wenn ich das wirklich merke, dass ich das hinbekomme, zeitlich, ähm, gibt's nochmal ein, äh, Ankündigungsvideo auf YouTube, so, keine Ahnung, 30 Sekunden Video, so, hey, schaltet dann und dann ein, dann kommt tatsächlich, dann hoffentlich der erste Stream, wo wir das, was ich schon mal erzählt habe, dann mal in die Tat umsetzen, mit, ähm, im Stream Sachen aufnehmen, damit ihr mit in dem Let's Play interagieren könnt, äh, was ich dann aber in, im Nachhinein nochmal ein bisschen schneiden werde, für YouTube, und, ähm, dann Story Game, wenn man wieder kommt. Genau. So viel dazu. Ähm, damit habe ich alles geklärt, und, äh, wir sehen uns da, beim nächsten Mal wieder, in einem der nächsten Videos, oder wir hören uns im Podcast. Haha, das kann ich ja jetzt auch sagen. Bis dahin, macht's gut, ciao.